So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und das nehme ich schon mal auf, denn wir haben gestern den ersten Go Battle League Livestream gemacht in der Superliga, wo ich komplett verkackt habe. Ich hatte ein eingeschworenes Team, was ich sonst immer genommen habe. Gestern haben wir ein bisschen was ausprobiert. Das kann ich euch hier nochmal zeigen, wenn wir auf Kämpfen gehen natürlich. Was schlägt es jetzt vor? Aber es schlägt theoretisch mein Team vor, was ich gestern hatte. Wir haben gestern so viel Quatsch gemacht. Wir haben gestern ein Alola Sandama gemacht mit Eisattacken und Bodenattacken. Wir haben ein Mewtwo gemacht. Wir haben, ach ein Mewtwo, ein Mew. Wir haben ein Mew gemacht. 1491, ein bisschen gepusht, zweite Ladeattacke, 100.000 Staub, 100 Bonbons und dann komplett abgelost. Jetzt habe ich dem zwar eine Pflanzen- und eine Elektroattacke gegeben, ist an sich eigentlich ganz cool, soll als Lead dienen, wie das laut etlichen Listen heißt, aber am meisten, also am besten Erfahrung habe ich immer noch mit Mantax gemacht. Ich weiß nicht warum. Mantax für mich immer noch der Held und die Oxys und Azumarill. Deswegen werde ich mit diesem Team wohl weiter kämpfen. Ich werde jetzt einfach ein paar Matches spielen, weil ich exportiere gerade am Samstag jetzt mein Mega-Tau-Boss-Video. weiß, dass ich morgen am Sonntag, weil der Sea-Day ist, ich ja die Level-Aufstiege mache, den ganzen Tag unterwegs bin wegen Sea-Day. Dann meine Mutter noch kommt, ich mit der noch was machen muss. Und frühestens nur die Level-Aufstiege ist mir eigentlich etwas zu wenig. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich das jetzt auf und haue das am Sonntag nach den Level-Aufstiegen noch raus. Dann habt ihr noch was zu gucken, könnt euch den Sonntag noch ein bisschen vertreiben. Ich bin in der Go-Battle-League noch weitergekommen. So, wir müssen erstmal seinen Angriff natürlich reduzieren. So kann ich am Montag in Ruhe mein Sea-Day-Video schneiden, wo ich unterwegs bin, das am Montag raushauen. Ich kann gemütlich am Sonntag den Sonntag ausklingen lassen nach dem Sea-Day. Ihr habt noch was hier zum Gucken und ich kann off-screen wieder ein paar Matches machen. Gestern haben wir ja 15 im Stream gemacht und danach habe ich nochmal 10 gemacht. Dann war das Limit erreicht. Jetzt ist es so ähnlich. Jetzt machen wir vielleicht 15 Kämpfe. Mal gucken. Überlebe ich das? Soll ich das durchgehen lassen? Komm, ich schilde mal. Ne, ich habe nicht geschildert. Ha! Ich habe nicht geschildert. Welch ein Glück. Dafür nehmen wir jetzt mal Eis für diesen blöden Fisch, der auch noch Boden hat. Und dass er... Ja, toll. Mit was komme ich da an? Mit gar nichts. Wir tun einfach mal so, als hätten wir das nicht gesehen. Wir lassen uns von dem Fisch ein bisschen plätten. Ja, los Fisch. Obwohl... Ne, komm. Ich will nochmal Eis auf den Fisch machen. Vor allem, ich rede schon wieder alles so durcheinander, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich eigentlich war und was ich machen wollte. Komm, einmal Eis geht noch. Eis, 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 Eis. Kein Eis. So, geht's wirklich? Ich will aber Eis. Der kriegt das jetzt noch drauf. Komm, mir egal. Dann nutzt halt ein Schild. Was weiß ich. Hauptsache so. Hätte auch anders laufen können. Ihr seht den Unterschied. Im GBL-Stream war ich komplett abgelenkt. Habe mich immer zu auf das Schreiben nebenbei konzentriert. Konzentriert jetzt hier in der Aufnahme. Es geht schon wieder heftig ab. Es geht wild umher. Obwohl ich da auch keine gute Figur mache. Im Hintergrund rendert also noch das Taubos-Video. Das Mega-Taubos-Video. Da muss ich dann mal Pause drücken, wenn das fertig ist. Dann möchte ich heute Abend noch ein Burger-Video raushauen. Und das hier seht ihr dann morgen. Da seht ihr halt dann auch Verschiedenes. Ich würfel das immer zusammen. Also man kann vieles über mich sagen. Aber nicht, dass ich nicht produktiv bin. Den hätten wir uns eigentlich auch aufheben müssen. Für die Nächsten. Aber mir ist das alles zu unsicher. Ihr sagt natürlich Ramses, Farme. Wenn der Gegner kaum noch Energie hat. Farme. Warum wechselst du denn nicht? Was ist das denn? Sandama macht das nicht. Obwohl das bringt mir auch nichts jetzt, oder? IC. Okay. Ich glaube da Knudler drauf. Wäre auf jeden Fall schöner. Er hat gewechselt. Nehmen wir die Oxys. Die Oxys könnten wir die Oxys. Ja, ich nehme mal das Die Oxys rein. Vielleicht kann das Die Oxys noch ein bisschen was machen. Komm, hau mal ein paar drauf. Er kann ja eh nicht abwehren. Er dürfte dich auch nicht so stark treffen. Dann müsste das der erste Sieg sein. So, das läuft. Das läuft. Hier läuft es auch. Super. Schädelbummel. Verteidigung steigt. Nein. Stirb. So, und was machen wir jetzt auf den blöden Fisch? Steinhagel. Ach nee, Sandama ist ja da. Hm. Hä? Achso, ich habe ja den Fisch besiegt. Seht ihr? Der Ramses, der merkt sich nichts. Wunderbar. Also Samstag zwei Raids. Arctos Raid. Der Taubos Mega Raid. Sonntag. Dann die Levelaufstiege vom Sea Day. Plus eben hier kurz 15 Kämpfe. Und Montag abends wieder chill mit Ramses Livestream natürlich. Ist das jetzt so gespeichert? Ja, da gehe ich gleich weiter. Ihr seht, das Team macht mir einfach am meisten Spaß. Ist traurig, dass ich schon wieder 100.000 Staub ausgegeben habe bei Mew, wenn ich das Mew jetzt nicht mal nutze. Dass ich 100 Bonbons ausgegeben habe für eine zweite Attacke, wenn ich das nicht mal nutze. Voluminas. Keine Ahnung. Wir gucken wieder, was passiert, was effektiv ist und was nicht. Er ist sehr effektiv. Ich bin auch sehr effektiv. Bitte lass mich eher angreifen. Yes, Baby. Jetzt hat er nämlich dann weniger Angriff und wir halten länger durch. Also, Montags ist heftig der Boss. Im Stream hätten mich die Leute jetzt schon wieder verunsichert. Aber so bin ich immer noch auf dem Punkt, wo ich sage, Montags ist heftig der Boss. Da können wir auch mal abwehren, denn er hat ja auch einmal abgewehrt. Wir sind also im Nachzug. Das ist in Ordnung. Das hätte er auch voll reingehauen. Wir können jetzt mal Eisstrahl probieren. Mal gucken, was das macht. Denn nochmal abwehren, weiß ich nicht. Das ist mir dann, glaube ich, das Schild zu schade. Hauen wir mal den drauf. Er lässt es durchgehen diesmal, aber hat auch noch Energy in the house. Müssen wir opfern. Ein Schild muss ich mitnehmen. Steinhagel, haut drauf, Bruder. Hast du sehr schön gemacht. Wir heben uns das Azumarill mal bis zum Ende auf. Das ist sehr effektiv. Wusste ich nicht. Sonst hätte ich es vielleicht eher reingeholt. Aber wer zuerst wechselt, hat verloren. Ihr wisst, wie das immer läuft. Jetzt hier. Das ist wieder richtig kacke. Ich hasse diesen blöden Fisch. Weil der hat auch... Was ist der? Wasser und Boden? Ist der sonst was? Und Boden? Irgendwas mit Boden? Vielleicht sollte ich meinen... Ihr kommt ja auch mit Elektro nicht weit, oder? Wenn er Boden hat. Boden ist doch, glaube ich, gut gegen die Oxys auch. Vielleicht hätte ich das Azumarill reinholen sollen. Schlammbombe. Schlammbombe wäre richtig behindert gewesen. Also hätte er ruhig durchziehen können. Hoffentlich macht er noch eine Schlammbombe. Die Profis, die zählen ja immer. Die zählen alles mit. Die zählen hier. Die zählen da. Die wissen dann ganz genau, wie viele Attacken gemacht wurden. Und welche Attacke dann kommt. Welche Attacken der Gegner haben kann. Welche Typen der Gegner hat. Und welche Attacken Typen der Gegner hat. Das ist ein Unterschied zwischen Gegnerattacken und Gegnertypenattacken. Also er kann ja Wasser sein, aber mit Elektro angreifen. Versteht ihr, was ich meine? Genau. Ja, ihr versteht das. Wunderbar. Also... Lass mal hier nochmal was ran. Uh, das tut mir nichts. Komm, hau den weg. Mach irgendwas. Mach Eis. Mach Knuddel. Mach Knuddel. Mach knuddeliges Eis. Mach irgendwas. Der Akku ist auch gleich leer. Wir wollen heute auch noch zum Grillen. Aber mir tut die Fräse so weh. Ich weiß nicht, warum. Bestimmt wieder irgendwas. Vielleicht war das letzte Mal zu schlimm. Zu viel Schaf. Zu viel sonst was. Und dann alles... Alles bunt. Alles brutal. Mh... Okay. Barrikadax. Ich habe noch nie mit Barrikadax gekämpft. Der kann ja auch wieder Kampfattacken, Kreuzhieb, sonst was. Das richtet jetzt nicht so viel an. Wir wollen aber mal auf Knuddel gehen. Da würde bestimmt jetzt wieder jeder dazu raten. Mach Knuddel. Mach Knuddel. Mach Knuddel. Ich sehe schon den Chat vor mir. Den imaginären. Dass ich Knuddel machen soll. Also machen wir Knuddel. Hui, hui, hui. Und überraschen ihn komplett. Da kann er jetzt machen, was er will. Hoffentlich farmt er nicht. Nö. Ich habe keine Schutzschilde mehr. Wenn ich mit dem nächsten reinkomme, müsste eigentlich ein Schlag ausreichen, dass er in der Ecke liegt, oder? Ich habe noch Energie. Tschüss. Seht ihr mein mächtiges Team? Ja, die Kameraeinstellung ist heute anders. Man sieht mehr von Straight Outta Budapest als von mir an sich. Das muss so reichen. Wenn ich es immer so habe, dann blendet ja immer alles. Also machen wir es jetzt so hier runter. Dann blendet es immer noch, aber ist egal. Ich will dich immer zu dieses Ding da hinstellen. Ramse ist mit dem Heiligenschein. Oh! Na, da müsste ich jetzt eigentlich direkt wechseln. Oder auch nicht. Nein, mal gucken. Garados. Okay, dann machen wir einen Blubstrahl. Um den Angriff zu schwächen. Wir holen dann mal das Dioxys. Fragt mich nicht warum. Aber das Dioxys hält ja eigentlich viel aus. Er kann bestimmt mit Nassschweif. Ja gut. Ich will es eigentlich grillen, aber es hat noch Schilder. Deswegen mache ich die Attacke einfach, die zuerst voll ist. Weil das auch irgendwo vom Typ Flug mit ist, glaube ich. Müsste ja die Gesteinsattacke trotzdem reinhauen. Ihr seht mit der Zeit, man beschäftigt sich dann ein bisschen damit. Bei dem Stream bin ich wirklich komplett ins kalte Wasser geworfen worden. Das war ein bisschen mies. Nach der Zeit fuchst ihr euch aber rein, wenn ihr das mehr spielt. Ihr seht ja dann genau, wer hat welches Pokémon, welche Attacken haben die so drauf. Die wiederholen sich dann auch oft. Das ist halt wirklich, wenn ihr die ganze Zeit Meisterliga spielt, dann euer erstes Match live macht. Euren ersten Stream und ihr habt einfach keine Ahnung. Das ist halt was ganz anderes, als wenn man da einfach so für sich spielt. Und die ganzen Fails sind offscreen. Er hat immer noch zwei Schilde. Was macht er da? Oh. Double G Elite. Ten, verfolg dich jetzt. Der wird das nicht mitkriegen. Aber falls er das Video sieht, Grüße gehen raus an GG Elite. Für... Tengi, Tengi, Tengi. Nee, komm, wir nehmen Bruder Hackstock. Wir müssen noch ein Schild rauslocken. Vielleicht schaffen wir das mit dem. Nein, schaffen wir nicht. Dann lass mal so. Auf jeden Fall, wenn er das sieht im Video GG Elite, Grüße gehen raus. Himmelsfeger, komm, einmal hier Blubstrahl kriegst du noch. Ramses, du hättest Eis nehmen müssen. Das fliegt doch. Und ist so ein Drachentyp. Ja, aber ich denke mal, der währt eh ab. Dann muss er jetzt alles auf eine Karte... Naja, der währt natürlich nicht ab. Verdammt. Hätte ich lieber. Dann machen wir es halt anders. Obwohl, der wird jetzt im Zweiten abwehren. Oder komm, Eisstrahl, Eisstrahl! Oh! Wenn er jetzt nicht abwehrt, dann müsste ich ihn eigentlich haben. Und wenn er abwehrt, dann ist wenigstens sein Schild weg. Und ich habe auch noch ein Schild. Der wehrt nicht ab. Er hat noch... Er geht mit einem Schild down, also. Was macht er da? Seid ihr sicher, dass Go-Battle-League-Streams gut sind? Mit mir? Ich glaube, ich sollte die Folgen immer so aufmachen, weil irgendwie, finde ich, läuft das besser, als wenn ich das im Stream mache. Gebe ich wenigstens keinen Staub aus für Mew. Und keine... Keine hundert Bonbons. Ich hätte das irgendwann ja mal maxen können. Mit den Bonbons. Und jetzt? Ah! Das verfolgt mich noch hundert Jahre. Das ist sicherlich Pflanze, oder? Aber es greift an mit... Boah, ist schwer. Komm, wir lassen es mal durch. Ich lasse mich mal überraschen. Meteorologe. Oh, zum Glück haben wir es durchgelassen. Ich dachte, das ist Pflanze. Ist das keine Pflanze, ein Kinoso? Normalerweise müsste das doch sehr effektiv gegen mich sein, in allem, was es macht. Es wehrt wenigstens ab. Zum Glück bin ich nicht auf Eis. Der will mich bestimmt nur in die Irre führen. Jetzt hätte ich auf Eis gehen müssen, weil beim zweiten, den zweiten lässt er bestimmt durch, oder? Oder wäre er ab? Ah, den zweiten lässt er durch, weil er gesehen hat, es ist nicht so stark. Also hätte ich Eis nehmen sollen. Er macht es vielleicht unterschiedlich. Er greift mit Meteorologe an und haut jetzt rein. Zauberschein. Ja gut, so richtig reinhauen kann man dazu auch nicht sagen. Jetzt gehe ich aber auf Eis. Obwohl, jetzt hat er bestimmt den Braten gerochen und sagt sich, der hat schon zweimal. Da macht er jetzt bestimmt was Heftiges. Ja, das hätte ich bestimmt auch noch überlebt. Ich will aber jetzt Eis haben. Wenn ich das Eis nicht schaffe, ich schaffe Eis, oder? Nein, ich schaffe es nicht. Ich lasse es mal durch, in der Hoffnung, dass er Meteorologe hat und ich es überlebe. Ich überlebe es. Wunderbar. Und direkt Eis hinterher. Zur Sicherheit. Nicht drei zählen. Ich bin ja kein Meister, ne? Deswegen. Boom! Und er wehrt natürlich nicht ab, weil er mit Blubstrahl gerechnet hat. Das habe ich mir so gedacht. Wir brauchen, genau, wir brauchen die Ochses. Die Ochses, los, mach Donnerblitz oder sowas. Lass es erst mal durchgehen. Das kann ja jetzt nicht so schlimm sein, ne? Sag ich mal. Himmelsfeger. Hui. Komm, konzentrier dich. Denk einfach, alles ist gut. Donnerblitz. Sehr schön. Vielleicht wäre er trotzdem ab. Oder? Lässt das durch? Er lässt es durch. Sehr schön. Er nimmt das Schild mit in die letzte Runde. Was mache ich? Mache ich es auch? Ich lasse es durchgehen. Nehmt mein Schild auch mit in die letzte Runde. Und ich müsste es auch überleben. Ganz knapp, okay. Aber das dürfte reichen. Wir farmen schon mal wieder Energie. Und gehen jetzt, egal was es ist, wir gehen auf Steinhagel. Ne, gehen wir nicht. Oh, jetzt hat er auch noch Best Buddy. Jetzt die Schlacht der Knuddler. Er setzt bestimmt Knuddler ein. Ich setze Knuddler ein. Ich lasse den ersten mal durch. Weil den ersten werde ich überleben. Den zweiten nicht. Eisstrahl? Na, der ist ja richtig dumm. Zum Glück habe ich es durchgelassen. Komm, jetzt mach Knuddler. Und sei wie ich. Lass den ersten durch. Vertrau mir da. Sicher dich nicht vorher ab. Sicher dich am Ende ab. Und rechne damit, dass ich Eisstrahl habe. Und er wehrt es ab. Hätte ich auch Eisstrahl gemacht. Er wäre auf jeden Fall eher einsatzbereit gewesen. Ich hoffe, er macht keinen Knuddler. Doch, macht er. Aber ich überlebe es und habe meinen Teil immer noch übrig. Er hat es nicht mehr übrig. Ich kann ihm einen Knuddler draufhauen. Guck mal, da steckt jetzt, jetzt steckt voll was dahinter, oder nicht? Einmal von ihm kann ich es noch abwehren, wenn er jetzt Knuddler machen will. Und ihm noch einen draufgeben. In der Hoffnung, dass das reicht. Einmal abwehren. Einmal Knuddler. Und dann die letzten paar Sekunden im Kampf. Immer Stück für Stück. Komm, 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 komm. Knuddler, hau rein. Jetzt einen einfach fabelhaften. Der muss jetzt werden. Gut. Großartig. Einfach fabelhaft. Batsch. Ich glaube, das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Los, Zeit, lauf ab. Lauf ab. Geh weg. Nein. Jetzt müsste die Zeit um sein. Und er knuddelt nochmal. Und fort. Aber er war ja eh stärker als ich. Er war ja Best Buddy mit dem Scheißhaar. Vier von fünf Kämpfen. Achso. Einen können wir ja noch machen. Das wäre natürlich auch mal eine Option. Dass Azumarill zum Best Buddy machen. Oder dass Dioxis zum Best Buddy machen. Oder dass Mantax zum Best Buddy. Ne, Mantax nicht. Ich glaube, bei dem Azumarill ist das eigentlich schon mit am besten. Weil man damit am meisten noch macht. Gerade auch gegen Ende. So, jetzt wird es wieder sinnlos. Aber... Neues Abo. Da verfolgt mich schon wieder jemand. Moment. Hoffentlich steht es gleich noch da. Astalias. Grüße gehen raus. Falls du das siehst. Irgendwann. In naher Zukunft. So. Den lassen wir durch. Und gucken gleich. Himmelsfähiger. Ja. Mantax ist halt zu schwach. Mantax, das steckt halt nicht viel ein. Mantax, das fällt. Mantax als Best Buddy wäre Quatsch. Man braucht schon einen Tank als Best Buddy. Also Dioxis, Azumarill, die sind auf jeden Fall besser geeignet für so einen Tangy, Best Buddy Typ. Warum habe ich nicht gedrückt? Es war schon voll. Komm ich nehme mal... Einmal nehme ich es hier mit. Und jetzt gehe ich dafür aber auf Eisstrahl. Es wird die letzte Aktion sein vom Mann Tax, bevor es dann in der Versenkung verschwindet. Heißstrahl. Uh, da kann er vielleicht sogar nochmal einen Blubstrahl voll machen, ne? Um die Attacke zu senken vom Zumpex, obwohl das Zumpex wieder mit Boden angreift. Boden ist wieder Kacke. Gegen Dioxis. Also müsste ich eigentlich das Azumarill reinholen, aber das Azumarill... Eis dürfte auch gut sein, aber will ich hier mein Zeugs wegmachen? Ne, möchte ich nicht. Mach mal Aquahorbitze, das ist Wasser. Hör auf zu farmen, du Sau! Komm, einmal Blubstrahl noch, genau. Das war knapp. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Er wehrt ab und wir gehen aufs Azumarill. Versuchen mit dem Azumarill anzugreifen und ihm einen Knudler reinzudrücken. Wir lassen den auch erst einmal durch. Wasser dürfte ja nichts machen. Boden dürfte mehr machen. Er hat Erdbeben, aber... Ja, das ist Tengi. Tengi, Tengi, Tengi. Er hat nicht nochmal Erdbeben voll, oder? Lass uns durch. Aquahorbitze. Tja. Eigentlich ist es egal, da können wir auch Eisstrahl machen jetzt. Weil das war eher fertig, er schildert es sicherlich sowieso ab. Boah, ist das strategisch, Ramses. Guck, wenn der Chat aus ist, dann bist du ein viel besserer GBL-Spieler, sag ich mal. Und Azumarill gegen Azumarill. Ja, das ist jetzt... Das wird jetzt die Krönung. Eigentlich hätte ich jetzt wechseln müssen. Damit ich diesen Knudler mitnehme, bis es keine Schilder mehr hat. Und dann draufhau. Achso, ich kann ja gar nicht wechseln. Gut. Jetzt hätte ich wechseln können. Machen wir es mal anders. Ich tausche es jetzt aus. Das kann hier geopfert werden. Ach. Im wahrsten Sinne des Wortes, das kann geopfert werden. Werden mit ihm ja ein bisschen rumfuschen. Hörgefälligst auf, Energie zu farmen. Komm, die Ochses, du hältst doch was aus, oder? Hast du mir gesagt, das letzte Mal. Eisstrahl. Ich gehe gleich auf Donnerblitz. Er wehrt bestimmt eh ab, aber egal. Wir gehen trotzdem auf Donnerblitz. Donnerblitz. Er wehrt ab. Wir machen. Er ist hoffentlich nicht so krass unterwegs. Hier können wir nicht wechseln. Danach können wir wechseln. Wir müssen aufpassen, dass er keine Energie voll macht. Wäre also gut, wenn wir wechseln, wenn er seinen Huf gemacht hat. Dass beide ungefähr denselben... Na gut, ich brauche eigentlich gar nichts mehr strategisch überlegen. Warum, du es jetzt hättest du Donnerblitz machen müssen? Was machst du denn? Er hat doch gerade erst seine Attacke gemacht. Ja, aber das Deoxys hat auch nicht mehr so viel Energie. Ich vertraue dem also nicht. Achso, jetzt war es falsch. Weil jetzt hat er seinen Move an mir geladen. Ich komme rein. Und wenn er jetzt was macht, dann habe ich es verkackt. Komplett. Und ich habe es verkackt. Habe ich wirklich. Ich hätte direkt wechseln müssen. Denn das war jetzt wirklich. Das waren 10 Sekunden. Es hat noch Energie. Ich. Die Zeit ist abgelaufen. Och Mann, du. Du dreckig. So, da ist das Video fertig. Ne. Alles wird gut. Wir nehmen uns mal hier ein wildes Zickzacks mit. Ja, ist kein Wunder, dass jeder damit kämpft, wenn es das hier kostenlos hinterhergeschoben kriegt. Äh, gibt. Macht. Eins. Zwei. Drei. Aber, weil wir das jetzt hier haben, kann ich mal ganz kurz, solange mein, äh, Video hochladen lassen. Wundert euch nicht. Erstellen. Video hochladen. Jetzt muss ich es nur noch finden, wo es ist. Mega Taubos hier unten, genau. Guck mal, ihr könnt live zugucken, wie der Ramses Videos hochlegt. Beschriftung alles mache ich nachher, aber es ist wenigstens schon mal hochgeladen. So. Pika, pika. Ist das gut? Zeig mir den mal. Ja gut, weiß ich nicht. Sehe ich erst nach dem Entwickeln. Hol mal mal ab. Von vier Richtung fünf. Können wir machen. Gibt es ein bisschen Staub. Kämpf mal. Also irgendwie, ich sag's doch, irgendwie macht es mir Spaß, mit diesem Team zu kämpfen. Ich hätte auch eben gewonnen. Hätte ich sinnvoller gewechselt. Wenn ich merke, die Attacke ist raus, er hat nur noch so ein Pfötzchen, er farmt an mir und wirft mich um, dann nicht weitermachen, sondern auch wechseln. Pflanze. Das ist jetzt, das ist kacke, oder? Ne, was? Mit was greift er schon wieder an? Ich verstehe es nicht. Und er ist schon voll. Lass uns mal durch. Kann ja nichts krasses sein, wenn es so schnell voll ist. Laubklingel. Okay. Wollen wir es auf Eisstrahl anlegen? Wir legen es mal auf Eisstrahl an. Mhm. 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 Und wechseln trotzdem jetzt schon mal aufs Azumarill. Obwohl, warum eigentlich? Ah. Jetzt hat er natürlich... Ach man, wie soll denn der auch gewechselt? Dann hätte ich den noch drin lassen sollen. Sehr effektiv. Sehr schön. Mach halt, was du denkst. Ich mach einen Knuddler. Zum Abschied. Noch einmal drücken. Ich glaub, das war jetzt der Fail des Jahres. Guck mal. Boah. Weg ist er. Wie war... Was war da denn los? Und guck dir den blöden Hund an. Guck's schon wieder falsch. Aber ich kann ja nicht wechseln. Also. Dafür kann ich jetzt mein Mann tags wieder reinholen. Da nehm ich mal ein Schild. Er hat ja auch schon eins verbraucht. Denn jetzt müsste das Wasser gegen das Feuer ja gut kommen. Stromstoß. Okay. Sehr schön. Aber ich hab hoffentlich dir eins reingewischt, bevor du noch einen Move machst. Naja, macht's einen nochmal. Ich wehre nochmal ab. Ich müsste es theoretisch jetzt schaffen, mit den Quick Moves ihn zu töten. Und meine... Ach man! Meine Moves mitzunehmen. Jetzt wollte ich Eisstrahl auf Gewaltrow machen. Aber das Gewaltrow ist natürlich schon am Start. Und ich bin tot. Und das hat mir jetzt also nichts gebracht. Weil ich zu sch... Weil ich zu... Ich hab nicht gedrückt. Ich wollte erst mal gucken, was reinkommt. Weil ich schon wieder vergessen hab, dass er Gewaltrow als erstes hatte. Hätte ich doch einfach zack und dann wär's gewesen. Aber... Nix. Genau, haut rauf. Da dürft's jetzt egal sein. Weil er schildet ja eh. Und wir brauchen zwei Moves. Und er darf uns nix anhaben. Also... Schilde ruhig. Mach deine Attacke. Wir haben noch mehr Energie. Wir laden. Du bist... Im Endeffekt hat er zweimal seine Attacke voll. Wie wir unsere haben. Deswegen wird das dann im Endeffekt nichts mehr. Schnell komm einmal. Bitte. Und es war doch voll. Der Steinhagel war voll. Aber er kommt natürlich mit der Laubklinge durch. Ja. Was auch sonst. Das ist so knapp immer. Das ist so gemein. Weil es so knapp ist. Oder? Klatsch da nicht noch. Können nicht ausrasten. Egal. Ich mag mein Team. Daran wird sich nichts ändern. So. Stay Gold. 81. Kampf beginnt. Wecker ist auch gestellt. Sehr schön. Einfach mal drauf. Tengulis. Das ist doch schon wieder was mit Pflanze, oder? Aber er ist nicht effektiv. Wenn ich den sehe, möchte ich ihn auch vereisen. Warum haben sie so schnell immer ihre Moves voll? Ich denke, mantags ist im Lied ein guter Dude. Aber er braucht immer ewig. Jetzt gehe ich aber auf Eis. Wenn wir schon warten müssen. In der Hoffnung, dass er nichts abblockt. Und? Er blockt nichts. Sehr effektiv. Der war genial. Barrikadax. Ja, Bruder. Erzähl mir mehr. Was muss ich bei Barrikadax machen? Ich habe es schon wieder vergessen. Wir wehren einmal ab. Wir wollen wenigstens mal den Angriff von ihm schwächen. Der hat auch immer schnell seine Moves voll. Waserle, Waserle, Waserle. Ich hole mal hier den rein. Und wir versuchen es dann mit Knuddler. Oh, jetzt habe ich ab... Ich wollte gar nicht abwehren. Ich habe noch gedrückt. Ja, egal. Kreuzhieb, Nachthieb, sonst was. Wäre blau. Wäre also nicht so... Jetzt kann er wieder nachsetzen. Junge, er wechselt ihn ein. Meins ist voll. Ich drücke drauf, als voll ist. Och nö, da macht er seins halt in Ruhe voll. Wieso auch nicht? Genau. Und jetzt, wo ich auf Knuddler will, macht es... Ach, jetzt macht es Eis, gell? Obwohl ich danach nicht mehr draufgedrückt habe. Obwohl ich jetzt auf Knuddler gehen wollte. Die wollen mich doch verarschen. Wechseln kann ich auch nicht mehr. Du brauchst mir nicht zu zeigen, dass du sehr effektiv bist. Das weiß ich selber. Keine Schussschilde mehr. Donnerschlag. Dann kommt halt jetzt das Dioxis. So. Hüllt ein bisschen rum. Schlängert seinen Arm durch die Gegend. Und vor allem hat es wieder eine Mütze auf. Jeder, der mit Raichu kämpft, setzt eine Mütze auf. Gut, das liegt sicher nicht nur an den WP. 1483. Obwohl, das geht natürlich besser. Hm. Habe ich wieder nicht gesehen. Ach so, er hat seinen Barrikadox wieder reingeholt. Lasst euch nicht in die Irre führen. So, hau ab, Junge. Mit einem blöden, dreckigen... ...noch mal Steinagel drauf. Soll ich jetzt mein Manntags reinholen, dass er es manntags geopfert wird? Ach ne, er ist schon tot. So schnell kann's gehen. Ramses ist im Rage-Modus. Komm, mach hin. Ich will weitermachen, ja? Ich habe keine Zeit. Schon eine halbe Stunde. Wieso zieht sich das immer so? Puni-zon-zon. Puni-zon-zon. Gegen Ramses der Dichte. Und es ist wieder... ...weiß. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es am Handy. Bei den anderen wird es ja normal angezeigt. Dieses. Bei mir halt nicht. So, kleines Barrikadox. Chill dein Leben. Du machst Nachthieb. Ich kenne dich schon. Lass mal mal durch. Ich habe mal eh keine Ahnung. Nachthieb. Blubstrahl. Eis. Ne. Immer erst Angriffsschwächen. Angriff sinkt. Funktioniert jedes Mal. Ist das hundertprozentig so? Oder habe ich nur immer Glück? Vielleicht können wir jetzt beim zweiten ja auf. auf Eis gehen, hm? Der denkt jetzt, ah, der greift eh wieder mit Blubstrahl an. Das ist ja nicht heftig. Obwohl auf Eis heftig ist dagegen. Auch keine Ahnung. Und? Komm, lass jucken, Kumpel. Naja, lässt er nicht. No, dann halt nicht. Mach dein Move. Hau mich weg. Dafür hole ich dann mein knuddeliges... Ach, nee, da weiß er ja schon, was ich habe. Ramses, mach jetzt Eis. Wer will hier Eis? Aber jetzt darf er nicht farmen. Das heißt, ich wechsle jetzt, bevor der an mir rumfarmt. Ich habe nämlich gelernt. Und jetzt lasse ich es durch. Das müsste der doch gut wegstecken. Nachthieb. Eins, zwei, drei, komm. Wechsle den nicht aus. Ich blicke da eh nicht durch. Wen du hattest und wen du nicht hattest. Und überhaupt. Ich weiß nicht, ob meine Attacke jetzt gezählt hat. Im Endeffekt... Könnte ich ihn so runter machen, aber... Ja, gut. Sie ist aufgespart. Dann kann ich sie mit zum nächsten nehmen. Und kann gucken, was der nächste ist. Komm, gib auf. Voluminas. Keine Ahnung. Mach ich Knudler. Kann sein, dass Knudler gegen mehr Sachen effektiv ist als Eis? Ja, gut. Das ist nicht sehr effektiv. Wir können ja das Eis mal hinterher machen und gucken, ob das Eis besser ist. Jetzt haben wir den Direktvergleich. Somit lernt man ja beim nächsten Mal, wenn Voluminas kommt, weiß ich ganz genau, was ich zu tun habe. Zum Beispiel kein Azumarill nehmen, weil das Azumarill irgendwie... Wir lassen es mal so. Wir können ja, glaube ich, noch wechseln. Haben da ein bisschen gefarmt. Achso, ja, das war sinnlos. Aber wir haben immer noch ein Schild. Er kann nicht angreifen, oder? Nee. Er hat nur noch eins. Und das eine ist ein. Wir haben noch... Azumarill, komm jetzt drauf hier mit Donnerblitz. So muss das aussehen. Ja, dann mach mal. Ich bin ganz gespannt in dieser Runde. Kann ich hier noch mein Schutzschild einsetzen. Ich glaube, das hat jetzt sowieso automatisch wieder Stein genommen. Nee. Gut. Dann kann ich jetzt auf Donner gehen und dann müsste das jetzt... So ähnlich wie beim Zahnarzt, wenn sie euch den Mund aussaugen. Müsste jetzt klappen. Wunderbar. 12.35. Tot. Ja, wenn ihr es Sonntag, ne, dann macht ihr ein Stück Kuchen auf den Tisch und ein Stück Kaffee und dann macht ihr den Stream, also diese Sendung, nachträglich an und hört im Hintergrund, wie einer redet. Da könnt ihr auch euren Mittagsschlaf halten. Das ist alles kein Problem. War das jetzt der Dritte? Ist das jetzt der Vierte? Sind wir schon soweit? 24%. Gegen die Zeit, gegen den Akku. Hm. Typ? Normal? Typ? Nicht effektiv. Gut. Der wechselt bestimmt gleich, so wie ich den kenne. Wir lassen es mal durch. Jetzt kann er mich wieder überraschen mit Body Slam. Okay. Wir schwächen trotzdem mal seinen Angriff. Ich feiere Montags so. Keine Ahnung. Wieso kämpfen die anderen Leute nicht mit Montags? Ja, erst ganz weit oben. Angriff sinkt. Den zweiten Body Slam dürft ihr bestimmt auch noch aushalten. Außer er macht jetzt was anderes. Dann könnten wir mal mit einem Eis Move drauf. Ja. Komm, komm, komm. Eis. Baby. Eis, Eis, Scheiß. So, Eisstrahl. Jetzt aber. Guck, und jetzt hat er plötzlich weniger als ich und beide haben noch ihre Attacken. Ich nehme das Schild, weil ich möchte ihn jetzt runterbringen und die Attacke vom nächsten Pokémon noch schwächen, egal was es ist. hat nicht geklappt, toll. Ach, dann halt nicht. So, war mit einem Schlag tot. Ich habe gedacht, ich kann wenigstens noch was cooles machen, ne, dass das weniger hat, aber war komplett sinnlos. Hätte ich mir das lieber erspart. Donnerschlag. Mhm. 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 Er hat jetzt halt den Vorteil, ich kann nicht auf Azumaril. Ich muss ihn hier nehmen und er braucht immer so lang, um seine Sachen voll zu machen und er hat noch zwei Schilder. Und er haut mir schon einiges was weg, deswegen ich... Ramses, kannst du schon aufgeben. Ich höre es schon wieder. Ja. Jetzt war es voll. Ich glaube, man braucht ein iPhone für die GWL, ansonsten kann man nicht kämpfen. Weil ansonsten reagiert das nicht und läuft nicht flüssig. Ich habe kein Schild mehr, sei doch lieb zu mir. Deswegen gibt es eure Lola-Reitschuhe immerzu aus dem Feldforschungs- Durchbruch, weil das so heftig ist, ja. Weil das alles im Alleingang umbringt. So. Einmal Eisstrahl, wäre da ab. Hat er fein gemacht. Und jetzt ist es eh vorbei. Gegnerische Attacke. Da kriegt er nochmal richtig eins auf die Mütze. Gut, wenn das das vierte war, dann steht es, glaube ich, jetzt 2-2. Das heißt, das fünfte müsste ich aber wenigstens gewinnen für die Pokémon-Belohnung. Pokémon. Komm, belohn dir. Und er hängt wieder. Er hängt. Ein Kampf ist es noch. Komm, wenigstens ein. Ein für die Pokémon-Belohnung. Ja gut, und dann nochmal fünf. Wir müssen ja die Stunde voll machen. Manntags, Labras, Wasser, Eis, Eis, Deoxys, Bla, keine Ahnung. Nicht so effektiv, das ist mir schon klar. Aber Deoxys braucht halt so lang. Aber solange S gegen mich nix großartig, muss ich ja nix gegen S ihn großartig. Den lässt er bestimmt durch. Ja. Trotzdem sinkt der Angriff. Ich lasse ihn auch mal durch. Obwohl er mich mit Eis stärker treffen würde. Bussch. Will ich bei Labras machen? Auch Eis? Nö. Was ist denn jetzt? Ich gehe aufs Wechseln, es passiert halt gar nichts. Was mache ich jetzt? Nix. Hauptsache, ich habe die Attacken voll gefarmt und es ist tot oder was? Ich wollte auch extra wechseln und wollte mir die Attacken aufheben. Ja. Das hat er auch fein gemacht. Guck, es tut sich schon wieder nichts. Es hängt schon wieder. Es macht einfach gar nichts. Und jetzt kommt es zurück und er kann seine Attacke machen. Und Schild ist auch noch aktiviert. Jetzt mach wenigstens ein Move hier drauf. Dann kann ich ja auch mal auf meinen Natsumarill wechseln, aber trotzdem. Er hat es natürlich durchgehen lassen. Er hätte hier lieber Strom gemacht. Blitz, Donner, was auch immer. Hier, lass durch, mach Knudler, freu dich. Ja. Ganz klassisch. Ich habe da auch was für dich dabei. Guck es dir doch mal an, auch wenn du noch zwei Schilder hast. Trau dich was. Aber er lässt den auch durch. Keine Ahnung, was mit ihm nicht stimmt. Eins haben wir noch. Einen Knudler noch. Aber spätestens jetzt wäre er ab. Wäre sinnlos, wenn er nicht ab wäre, dann würde er wahrscheinlich zwei Schilder mit ins Grab nehmen. Das will ja keiner, also muss er sie jetzt raushauen. Da ist was geflogen. Und noch mal Eis hinterher. Komm. Nimm wenigstens das zweite Schild noch weg. Jetzt hat aber lange gebraucht. Komm, gleich Attacke, Bruder. Vielleicht könnte ich sogar noch überleben, ganz knapp. Ich weiß es nicht. Was heißt ganz knapp? Es ist noch fast die ganze Energie voll. Das sieht doch gut aus. Jetzt machen wir hier wieder Mammut Rennen. Eigentlich müsste ich eher dran sein als er mit seinen Moves. Er macht wahrscheinlich Eisstrahl. Oder? Ja. Er ist ja richtig schlau, der Bursche. Dafür hat er jetzt nichts mehr. Ich kann versuchen, den Rest hier runter zu hauen. Dann kommt er mit seinem Labras, glaube ich, nochmal rein. Beim Labras hat er bestimmt was drauf gespart. Ich mache Stein Hagel hat funktioniert. Hat funktioniert. Ich wollte erst auf Elektro gehen, aber nee, wieso? Stein ist auch gut. Guck. Zack. Und er hat nur noch ganz wenig. Wenn er jetzt einen Move macht, macht er nicht. Den fünften gewonnen. Ah, da ist noch ein Po gewonnen. Komm, mach hier Donnerblitz. Elektro auf jeden Fall besser. Ah, das ist noch zu viel. Je nachdem, was er jetzt macht. Da habe ich keine Chance. Mach Himmelsfeger, mach ganz wenig Schaden, bitte. Mach irgendwas, mach, ja, mach, und, nicht, doch. Mensch, er hat das Blatt noch gewendelt, er hat noch einen Pokémon gehabt. Warum ist mir das gar nicht aufgefallen? Ich, ähm, war voll in meinem Element irgendwie, habe ich das komplett übersehen. Komm, Rang 5 müssen wir noch schaffen jetzt hier. Einmal noch 5 Kämpfe bis Rang 5. Ich glaube, wenn ich jetzt 2 gewinne, könnte ich sogar schon Rang 5 sein. Das müsste dann reichen. Akku ist auch gleich leer. Sehr schön. 43 Minuten, noch 17 Minuten. Wir müssen uns mach mal hin hier. Wört mal auf zu schilden. Wir machen alle die Schilder aus und dann passt das mantags rein. Azumarill ist schon wieder, weiß ich nicht, muss das sein. Komm, wir machen mal hier Angriff weg und wechseln auch auf unser Azumarill. Dann holt er bestimmt was, was gegen meinen Azumarill besser ist. Es hat wieder nicht gewechselt. Ich habe schon zweimal drauf gedrückt und es wechselt halt nicht. Brauchst jetzt auch nicht mehr wechseln. Dann machen wir es halt so. Eisstrahl wäre auch gleich da. Eigentlich das kann zwar Eis attacken, aber es ist ja nicht vom Typ Eis, oder? Eisstrahl wäre sicherlich auch besser und effektiver, weil der Rest macht ja sowieso nichts und ich glaube so weit können wir seinen Angriff eh nicht senken, dass es sozusagen keinen Schaden mehr macht großartig. Gehen wir auch mal auf Eis und überraschen eine Dame vielleicht können wir wenigstens ein Schild rauslocken oder Schaden machen. 5, 5, 5, 5, 5, 5, zack, einfach fabelhaft, wunderbar. Hat wieder nicht abgewehrt, aber wir haben haben uns beide was gegönnt, sagen wir es mal. Wenn er jetzt tot ist, macht Knuddler, er lebt noch, ich lebe noch, komm, noch einmal Blubstrahl oder was das ist hinterher. So, jetzt nehme ich auch meins, komm, jetzt habe ich dich lieb. Ja, was hat er jetzt? Das ist die Frage, ne? Ich lasse den ersten aber mal durch, weil der erste kann nicht so gefährlich sein. Und wir gehen selber auf, auch auf Knuddler, ja? Den wehrt er ab, oder? Den muss er abwehren. Er muss mit dem Vieh noch richtig viel machen. Er wehrt ab. Jetzt haut doch nicht ab. Dann nehme ich halt hier auch nochmal Knuddler. Mir doch egal. So, gegen Dioxis. Ne, Dioxis wäre dagegen auch Quatsch, glaube ich. Ich will das also drin lassen. Das sieht gut aus. Eis würde bestimmt auch gut gehen. Ich weiß nicht, was er hat, aber ich lasse es auch nochmal durch. Ich habe noch relativ viel Energie. Schlammbombe dürfte auch nicht so heftig sein. Komm, mach Schaden, mach Schaden, mach Schaden. Attacke, gut, die wäre ich aber jetzt mal ab. Es ist mir sonst zu kritisch. Geht da Eis? Eisboden, Eiswasser, Eis, keine Ahnung. Er denkt eh, es ist wieder was anderes. Also nehme mal die erste Attacke, die voll wird. Und das ist nun mal der Eisstrahl. Und er wird's ab, er wird's wir lassen es trotzdem nochmal durchgehen. Ich setze jetzt alles auf eine Karte und es ist Schlammbombe und wir haben noch Energie und diesmal kann er nichts machen. Ich brauche den, Mann! Will ich machen Move! Komm, mach irgendwas! Ist halt jetzt Eisstrahl geworden. Das war jetzt einfach viel zu knapp. Eisstrahl bringt was. Ja, vielleicht ein bisschen, ne? Logok! Toll, und ich hab nur noch Dioxys, aber mit Stein müsste das auch gut gehen. Hoffentlich macht er nicht 20 Mal seinen Move. Komm, eine Steinkanne! Steinkanne vor allem, der hat Steinhagel. Ein Steinhagel drauf. Noe Kanonade. Hui, da brennt's mir ordentlich am F... Wieso hätte ich nicht er angreifen können? Das wäre voll genial gewesen. Hier, jetzt hat's zwar was abgezogen, aber... Komm, hau ihn weg, hau ihn weg, und er hat nur noch einen, und der Kampf ist um, oder? Ist die Zeit etwa abgelaufen? Wie viel hat er? Wie viel hab ich? Komm, ich war gut. Und jetzt steht er wieder da. Und? Verloren. Toll. Und dann wird's einem nicht mal angezeigt, dass man verloren hat. Das ist doch so mies. Gegner wird gesucht. Fünf Minuten für einen Kampf. Dann schaffen wir ja nur noch zwei. Naja, egal. LP-L-L-P-L-X-D. You my, I'm the black guy. Pixi, Pixi haben auch viele gesagt. Pixi wär ultra heftig. Pixi overpowered. Pixi for president. Pixi mit Eis. Jetzt aber erst mal mit Wasser. Pixi feucht. Los, werd schwach. Senke deinen Angriff. Monsieur. Machen wir noch mal einen hinterher. Was macht der? Farmt er die ganze Zeit an mir, ja? Weil er alles so machen will, aber wenn er nicht aufpasst. Jetzt macht er einen, okay. Komm, es hat Spaß gemacht. Das heißt, ich nehme auch mal einen mit hier. Komm, noch einmal Blubstrahl. wenn er den nicht abwehrt, könnte er sogar vielleicht sogar tot sein. Dann hat ihm das alles gar nichts gebracht. Hamela, hamela, hat er gebracht, nichts und ist weg. Und ich habe noch Energy im Rucksack. und es ist ein Komm, mach Angriff weniger und nehm ein Azumaril alles klar, Gesundheit, Kreuz ist in Ordnung. Wir gehen direkt auf Knudler. Okay, mach nochmal. Ich glaube, mir ist gerade irgendwas geplatzt. Jetzt klingelt auch noch der Wecker. Und er wehrt auch noch ab. Aber gut, es ist ein gutes Recht. Beenden, lassen wir trotzdem durchgehen. Dann können wir jetzt mit Eis das erste Mal angreifen. Sobald das voll ist. Müsste jetzt gleich gehen los. Ja, geht auf jeden und ich denke mal, den wäre auch wieder ab. Sehr schön. Er macht nochmal einen Move. Dürfte nicht so fett sein, aber wir kriegen es. Es hängt wieder. Och nein! Es ist klar, es hängt und er kommt mit seiner Attacke zurück. Ja, und jetzt habe ich es nicht mal geschafft, meine voll zu machen. Komm, verabbern dem auch noch ein bisschen deine Energie. Ach, nö, es hat ja schon wieder gehangen. Dann lass doch alles am Dioxys aus, komm. ja, hättest du fast vergessen noch deinen Move zu machen, bevor du weg bist. Ach, die, sehr effektiv. Normal hätte er den gar nicht gehabt. Ein Stein Hagel. Ramses, den musst du grillen. Ja, bin doch eh tot, bevor ich meinen Move machen kann. Muss ich Stein werfen. So, muss ich zweites Stein werfen. Schaffe ich nicht. Himmelsfähiger. Mein Gott, was ist das? So, nebenbei zur Aggressionsbewältigung. Es hängt schon wieder. drücken wir halt auf zurück. Sehen wir wenigstens nicht, dass wir irgendwas gewonnen haben. Haben wir nämlich nicht. Es sucht die nächsten Gegner. So, wunderbar. Glurak, endlich mal positiv. tief. Teilweise. Ich glaube, der will gar nicht gewinnen. Der macht das mit Absicht. Tragen Tragenklaue. Einmal da. Ich muss meinen Wecker jetzt wieder stellen. Auf 13,55. Merkt euch das mal. Schreibt es mir in die Kommentare. Sichlor. Genau, Sichlor. Weißt du was? Gönn dir doch ein Eis. Du hast gesehen, ich habe nur Blubber, ja? Blubbstrahl, meine ich. Nachtieb. Hier, Angriff steigt. Warum? Da muss nichts steigen, der ist doch stark genug. Zack, Eis und er wird ab. Hat er wieder Schiss gehabt, das war ja klar. Vielleicht hätte ich mein Schutzschild einsetzen sollen, weil er hat ja keine mehr, dass ich zum Eis komme. So habe ich nur wieder Wasser und das beeindruckt ihn nicht. Wasser. Ja, was haben wir noch? Müssen wir halt die kleine Gurge nehmen. Lassen wir einmal durch. Ich bin guter Dinge, dass das was wird jetzt. Ich habe ja hier noch einen Eisstrahl, aber er wechselt und er holt den Bären rein. Jetzt nehme ich aber hier Eis. Und Knuddel habe ich auch. Warum nimmt man Sumpex jetzt gegen Azumaril? Steckt da irgendwas dahinter, was ich weiß. Boom. Und ich habe auch noch ein Schild. Und das nehme ich jetzt. Denn der hat bestimmt jetzt Erdbeben. Och Mann, er hat Aquabitze gehabt. Ramses, das war viel zu schnell. Der kann so schnell gar kein Erdbeben haben. So oft wie es hängt und dann immer was anderes kommt, da schließe ich nichts mehr aus heutzutage. Ja, hast du wieder recht, Ramses. Gut. Gehen wir also Ich habe meinen Dioxis wenigstens noch. Und er ist hat auf und es hängt. Dann kann ich meinen Wecker mal stellen auf 13 55 Sehr schön. Hier gehen wir wieder auf zurück. Jo, wir haben eins gewonnen. Gehen wieder rein. Haben theoretisch müssen noch zwei Kämpfe machen, oder? 56 Minuten. Eine Stunde eins, eine Stunde sechs. Ja, so bei eine Stunde fünf kommen wir vielleicht raus. Dann haben wir wieder 15 Kämpfe gemacht. Los Montags und Grand Bull. Bin ich auch schon wieder komplett überfragt, aber das haut scheinen scheint auch nicht so schnell zu sein wie ich. Dafür bin ich natürlich nicht effektiv, weil ein Hund wird nass, das ist normal, das tut dem Hund nichts. Sprechen wir den Angriff von dem halt auch gleich noch. Der hat doch jetzt nur gefahren, der hätte bestimmt schon längst machen können. Ey, das ist ein Pro, glaube ich. Hier hätte ich Eis nehmen müssen. Den lassen wir mal in dem ich glaube er sammelt einfach auf jedem Pokémon alles. Weh, du wärst jetzt ab. Du hast gesehen, da ist nichts dahinter, also kommt Eisstrahl. Achso, ich bin tot. Und es lebt noch. Ne, die Ochse hole ich lieber nicht rein, weil da habe ich Schiss. Ehrlich gesagt, wenn er seinen Granbull wiederholt, haben wir immer noch ihn. Das macht nichts. Da haben wir kurz drauf. Dann können wir gegen das Granbull vielleicht Knuddler. Einmal lasse ich es durch. vertraue da dem kleinen blauen Osterei. Na gut, komm, wir machen doch, bevor wir Knuddler nehmen, weil das sieht schon so rosa aus. Ich glaube, das freut sich darüber, in den Arm genommen zu werden. Kühlen wir ihn lieber ein bisschen ab. Er wehrt natürlich ab. Und er wechselt schon wieder. Guck, wie oft der wechselt einfach nur. Jetzt ist es auch noch sehr effektiv gegen mich. Vielleicht hätte ich auch wechseln sollen. Aber ich habe mein Dioxys am Stadion noch zwei Schilder, wo ich nicht weiß, wo ich die jetzt hinpacken soll. Komm den ersten Move lassen wir mal durch. Schlammbombe Oh war okay, aber so einen Frosch grillen, da denke ich immer nimmst Elektro und grillst den Frosch. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss einfach Schaden machen. Ich würde trotzdem Stein Hagel nehmen. Hoffen, dass das wenigstens was abzieht. Nicht so effektiv. Er haut bestimmt sein auch nochmal drauf und ich muss Stein Hagel nämlich mit in die nächste Runde. Also gegen das Grand Bull, obwohl der hat beim Grand Bull bestimmt auch schon wieder gefahren, oder? Und wenn er reinkommt, kommen darf er zuerst, oder was? Jetzt muss ich hoffen, dass der jetzt weg ist und die zwei gegeneinander. Es hat nicht mehr viel. Fall um, fall um, fall und er fällt. Okay, so kann man das machen. Dürfte jetzt ein zweites Sieg gewesen sein. Das ist wie vorhin. Fünftes Match ist dann die Entscheidung, ob man noch die Pokémon-Belohnung bekommt oder nicht. Diesmal freut er sich sogar. komischerweise geht er trotzdem wieder ganz raus nicht ganz raus. Genau eine Stunde statt einer Stunde eins. Aber das passt. Dann habe ich ja noch fünf Minuten für das letzte Match. Der Akku ist auch gleich leer. Dann kriegt ihr das jetzt hier noch keine Ahnung. Das erste Mal gegen Psyana. Beim ersten Mal tat es noch weh. erst mal Angriff senken. Erst mal gucken, was es so macht. So wie das Psyana aussieht, da könnte das ruhig auch mal so eine Elektro Attacke haben. Mal gucken, das greift bestimmt mit Unlicht. Wenn es eh schon geschwächt ist, vielleicht schaffen wir mal eine Eis Attacke oben drauf. Mach ruhig, lasse ich durch. stört mich jetzt nicht so. Nochmal Schmarotzer. Jetzt aber Eisstrahl zurück an den Absender, so wie es kam, geht es zurück. Und es wird natürlich abgewehrt. Er hat schon gemerkt, der braucht voll ewig, der macht bestimmt irgendwas anderes. Hat aber recht gehabt. Ein Schmarotzer, hält er noch aus, genau. Dann kann man noch mal einen Blubstrahl machen. Obwohl, das hätte vielleicht sogar für noch einen Eisstrahl gereicht. Den lässt er bestimmt jetzt wieder durch, oder? Ist das ein Freak? Geht sich das aus, dass wir noch einen Eisstrahl voll bekommen? Ich nehme mal ein Schild, ja? Und probiere, ob wir es noch mal zum Eisstrahl schaffen, bevor es noch einen Schmarotzer macht. Mach hin! Nee! Wenn ich jetzt abwäre, habe ich's. Aber dann habe ich keine Schilder mehr. Komm! Im Endeffekt, bevor jetzt der Eisstrahl voll ist, ist mein Pokemon. Das hat gar nicht abgewehrt. Ach, egal. Mach halt irgendwas. Mach halt jetzt. Und das hat nur Schmarotzer, oder was? Das hat noch kein einziges Mal was anderes gemacht. Kann das sein? Aber hat immer noch das drin. Jetzt komm, jetzt kriegst du aber Knudler ab. Ich glaube, Nachtara ist ja eh auf, also in der Tier-1-List mittlerweile. Ich frage mich nur, Steht doch nur da und macht nix. Der macht auch irgendwie nichts. Aber wir lassen sein es durch. Er kann ja im schlimmsten Fall auch nur Knudler haben, aber mein Knudler ist ja auch schon wieder voll. Da knuddeln wir uns hin und her. Freuen sich die Häschen. Jetzt kommt meiner direkt hinterher. Da hätte ich natürlich gerne gewartet, aber man kann nicht alles haben. Und er wehrt nicht ab. Ich kann noch abwehren. Er kann auch noch abwehren. Ich bin leicht in Führung könnte man sagen. Jetzt macht er Eis, oder? So schnell wie er fertig war, das müsste Eisstrahl sein. Okay, ist es Knudler. Aber wir kriegen uns dann auch noch durch. So, einfach fabelhaft. Und er wehrt wieder nicht ab. Warum denn nicht? Sehr effektiv. Und das hasse ich. Da wusste ich schon bei den letzten zehn Mal nicht, was man dagegen macht. Oh, die Ochse macht das von alleine. Sehr cool. Dann lasse ich das einmal durch. In der Hoffnung, dass der auch mein Kiefer tut weh. Steinhagel. Nochmal, nicht Er wird bestimmt dasselbe nochmal machen. Okay. Und er hat auch immer noch Junge, wie oft denn noch? Jetzt muss ich aber abwehren. Nicht aufs Klo. Dann gibt's halt einen Steinhagel zurück, den er abwehren kann. Also Pokémon Belohnung ade, denn er hat mich da, wo er mich haben will. Er hat ja auch immer noch sein blödes nach Tara in der Hinterhand. Da denkt man sich auch, ich gönne mir auch so einen Galler Flunsch leg und kämpfe damit. Das ist einfach richtig heftig, unbesiegbar. Das steckt viel ein. Das teilt immer zu aus. Auch wenn es nicht so krass austeilt, teilt es trotzdem permanent aus. Er steht wieder da wie er klopft. Schöner Schengelklopfer. Zwei Kämpfe gewohnt. Ein Sinostein. Nicht mal bis Rang 5. Das ist richtig mies. Wie sieht es jetzt aus? 19 von 40. Das ist nichts. Glaubt mir, das ist nichts. Ich mache jetzt ja aus. Extrem niedrig, wunderbar. Das war es von meiner Seite aus. Wie sah eure letzte Session aus in der GBL? Macht ja auch immer so 15 Stück oder macht ihr gleich alle 25 auf einmal oder spielt ihr jeden Tag eure 25 Kämpfe? Das ist die Frage. Ich glaube, ich werde jetzt noch 10 machen, offline, am Ladekabel irgendwo. Mal gucken. Man fuchst sich reing mit der Zeit noch. Manchmal muss man auch Glück haben. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.